Dieser feige Hai. Hör doch her. Hups. Hups. Der Hai da. Komm doch her. So, dann haben wir das. Hier wird nicht geheidert. Hör Arno, du bist ja so witzig. Hast du über die ganzen geilen Sprüche weggeldet? Shit. Mocker ey. So. Mein Sperr ist down, mein Sperr ist down. Was hatte ich vor? Ich weiß es gerade nicht. Sperr bauen? Nicht ganz. Help. Da war er schon. Hör Arno, was hast du mit dieser Kiste hier gemacht? Du hast da, ach ne, ich hab nichts gesagt. Alles gut. Nein, sorry. Was? Nein, alles gut. Alles gut. Ich hab mich verguckt. Passier doch mal den Besten. So, ein bisschen Freshwater. Freshie. Freshenet. Äh, was hatte ich jetzt vor? Unfug. Äh. Unfug, ja. Groben. Immer. Ob grob oder fein, der mit dem Unfug muss es sein. Wo mache ich das Glibberzeug hin? Seetang? Äh, hab ich gerade in meinem Inventar also noch keine direkte Position dafür. Und Palmen, Samen? Äh, oben. Oben. Oben rein. Äh, da. Machen wir das Ding erstmal nochmal hier rein. Und Glibber? Hab ich, äh... Hast du im Inventar, ne? Genau. Das hab ich im Inventar gerade. Da hab ich's. Weil ich wollte gleich noch ne Kiste bauen für Erzeugnisse. Was dann eben halt sowas wäre. Hast du Metallbachen? Jawoll. Hier hab ich die da hingeschmissen. Hast du Bolzen? Äh, tatsächlich auch. Schmeiß ich die auch hier hin. Hast du Planken? Äh, ja. Allerdings brauche ich da gerade ein paar von... Warte, ein paar kann ich hier glaube ich wieder droppen. Ich brauche die zwei. Ich brauche die zwei. Ach, zwei. Ja, perfekt. Genau die zwei. Ja, ich bin gerade am überlegen, wie ich das jetzt hier mache. Weil ich würde nämlich ganz gerne unser Palme-Repertoire ein bisschen erweitern. Da ist er ja. Der Hai. Ja, ich hab mich kaputt gelacht. Wenn man Bambus kaputt hauen könnte, da käme auch Holzball weg. Ich weiß nicht, wenn du's vielleicht in diese Richtung baust. Also hier nochmal so ne Reihe. Ja, ich hatte nur halt, äh, ich hätt's halt nur lieber, dass quasi, äh, hier noch so ne Bootsreihe am Start ist. Damit dann eben, falls der Hai da mal drauf rumbaut, äh, Chaos. Das hat nicht gleich weggespringt. Weil die Fläche ja eigentlich auch schlecht wäre. Hm. Ja, müssen wir erst weiterreisen. Brauche ich noch ein paar Planken. Bringt das noch nischt. Ich hänge, ich hänge fest. Arnold hängt auf den Trip fest. So. Also fressen Sachen, ob roh, ob was weiß ich was, hab ich jetzt hier in die Einzeltruhe vorne hingestellt. Wie ist er hier? Wo du da drauf bist? Ja, okay. Da packe ich jetzt auch mal Pläne rein. Da ist er ja. So viel zu phrasen. Hier ist es irgendwie mal. Stimmt, ein Hit noch und dann ist er down. Apropos, da sagst du was, den Speer könnte ich mir auch grad mal herstellen. So, ich brauch die Metallbarren und Bolzen einmal gerade zurück. So, ich hab den Hei gekillt. Komme. Du Killer. Du Tier. Hei Killer. Weil es ist nicht mehr viel, was man hier unten noch looten kann und dann kann man weiterziehen. Jawohl. Okay. So, einmal das. Einmal das. Einmal das. Thank you very much. So, jetzt hier, Metallspeer ist da. Ah, hier müssen wieder Ding rein. Okay. Dann mach ich solange das da rein. Die kleinen Grills würde ich tatsächlich sogar wegschmeißen. Weil, brauchen wir nicht. Nö. So. Ey, sag mal. Wer hat denn die Heidinger hier reingepackt? Arnold? Das war ich gerade. Ich hab da zwei Stück gesehen. Ah, okay. Dann gehören sie da rein. Ist das die Essens-Truhe? Ja. Hab ich dir das nicht anders gesagt? Nein, das war nicht die Essens-Truhe. Ja, wirklich? Weil, ich hab dich gefragt, da wo du gerade dran bist, du so ja. Und da warst du gerade dran. Ich dachte, da hättest du mich noch an der anderen Truhe gesehen. Sorry. Trotzdem. Hier, die einzelne Truhe. Die da vorne ist ja auch nicht einzeln, du. Die ich da alleine an der Wand gemacht habe. Richtig. Richtig. Genau. Das ist unsere Essens-Truhe. Da kommt Futter-Zeug rein. Die, wo du es jetzt versehentlich reingeballert hast, da würde ich dann so, ähm... Ah, können wir da mal reinpacken. Äh, so, ja, Metall-Sachen und Erzeugnisse. Also Schrott und so. Wie zum Beispiel Bolzen, Metallbarren, Schrott, Nägel, Scharniere, Glas, Uschi, was? So, ähm... Ja, genau. Das können wir machen. Das ist so dumm, dass man nicht zu zweit an der scheiß Truhe gehen kann, man. Boah. Kann ich per se jetzt mit leben. Gut. Der Kupferbarren ist fertig, Metallbarren ist fertig. Also auch Metallbarren und so. Äh... Du machst, wo du jetzt grad dran bist. Jetzt hier. Ja, da würde ich Metall, Erz und Barren würde ich da noch reinpacken. Ansonsten den Rest halt in die andere Truhe. Okay, also Barren hier rein. Okay. Barren, wo ich grad stehe, genau. Also hier. Hier Barren. Genau. Da Barren und Erze. Und hier, wo ich jetzt dran stehe, halt eben die ganzen Erzeugnisse und den Scheiß da draus. Okay. Hast du die Barren weggenommen? Ja. Wunderbar. Ja, hab ich. Bin ja ordnungsbewusst. Und Seetang und Kletterpflanzen, Glibber. Genau. Da, wo du dran standst jetzt gerade. Also die hier. Okay. Und Seine auch? Äh... Würde ich tatsächlich auch da reinpacken. Okay. Das ist erst... Noch nicht so ganz sortiert die Kiste, aber ein bisschen. Ja, weil wir haben ja noch nicht ganz so viel Platz. Deswegen hätte ich's jetzt erstmal dahin geschmiert. Kann ich nicht mittlerweile wieder eine neue Kiste bauen? Lanken brauch ich wieder. Oh Mann. Ich schmeiß mal gerade welche rein, damit das Essen weiter gebrutzelt wird. Waren wir eigentlich schon wieder? Ah ne. Naja, aber wir können. Alles klar. Ich leg dir mal den Anker. Mach mal hier das Ding auf Kurs. Ja. Wow. Okay. Oha. Ein paar. Jetzt bin ich überrascht. Lass mal kurz an. Ich seh das von hier aus ja so ein bisschen. Willst du zu der Insel wieder? Ja. Erstmal von dem hier weg. Die, die geradeaus nach oben ist, die ist am nächsten dran glaube ich, ne? Äh, ja. Was ist mit der 749? Ah, das war die Yacht. Ja. Also unten links war genau die Yacht. Unten rechts war glaube ich das Eigentliche, was wir angesteuert haben. Aber wir können das Ding da oben ja mal ansteuern. Ja. Gut, dann müssen wir zu dem blauen Punkt ewig weit hinterher hin. Ja. Oder wollen wir zu dem 988? Ja komm, fahren wir zum 989. Alles klar. Der blaue Punkt. Alles klar. Was ist da mit? Ja, guck mal wo der jetzt ist. Boah. War der nicht eben noch hier? Ich muss ganz dringend was essen, Leute. Ich richte den gleich neu aus. Jo. Hä? So, also einmal da hinten hin. Toll strange. Ach komm. Ja, mach mal lieber die Inseln. Machen wir das 2100er. Den blauen Punkt machen wir erst dann wieder, wenn ein Vater da ist. Genau. Ist glaube ich cooler. Weil das, was wir jetzt gerade machen, ist ja nicht so important. You know? Ja. Ja ne, passt auch. Können wir gerne so machen. Dann können wir ein bisschen Materialbeschaffung machen. Und so ein Quatsch. Dann kann er sich dann, ich sag mal, fast ins gemachte Nest setzen. Ja. Ich meine, er ist ja bei uns, ne? So. Geistlich. Ja, Pader im Geiste. Oh, Pader. Das ist glaube ich ein kleines Brot. Gibt's keinen Kompass eigentlich? In diesem Spiel? So, ich glaube schon. Aber ich weiß nicht, ob wir den jetzt schon entladen sollen. Haben wir wahrscheinlich noch nicht. Trophäenbehälter, Schild, Kalender, Ablage, Teppich. Uh. What the hell? Guck mal gerade, ob wir so zeitnah noch ein paar Sachen erforschen können. Aber sieht noch nicht danach aus. So unnötig, dass ich da das Ding verschwende. Aktuell können wir dann nicht viel machen. Danke. Wir steuern direkt das kleine Bötchen zu, kann das sein? Äh. Aua. Ey, dieser Hai, ne? Der ist sofort immer da. Der ist, wäre jeder Mitarbeiter so präsent. Wir hätten eine Wirtschaft, die würde alles zerbumsen, Alter. Ohne Scheiße. So präsent, wie der Hai immer ist, ey, wenn... Ist der Wahnsinn. Ja, direkt drauf zu nicht, aber da können wir. Kann man looten. Kann man looten! Ich brauch halt neun Haken. Ey, ich wollt's grad sagen. Ich brauch Planken, Alter. Ich brauch Bolzen. Planken, Alter, Joe. Wie mach ich Bolzen? Haben wir doch in der Kiste. Bolzen auf Metallbachen. Haben wir doch in der Kiste hier, wo ich grad vorstehe. Neun Stück. Neun Stück, Arnold. Jaaa. Haben wir doch da neun Stück in der Kiste. Haben wir da, was? Ja. Ja, wunderbar. Kiste, neun Stück. Ich baue mir schon mal nen Haken. So, Haken. Der Haken an der Sache ist... Acht Stück haben wir doch da drin. Arnold, acht in der Kiste. Ey, mit Huckern dran vorbei. Mit Huckern dran vorbei. Arnold, wir haben acht Stück in der Kiste. Bolzen. Ich geh gleich mit dir in die Kiste, was? Oh, Arnold. Aber das kann ich nicht, du bist ja verheiratet. Ja. Keine Sorgen. Ich soll nur zum Spaß. Boah. 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 Böser Art. Meine paddel geht auch bald kaputt. Ich hoffe, dass du mit dem Ding nicht gleich von hinten einen auf den Kopf kriegst. Die ist nicht zu Hause. Hast du noch mal Glück gehabt? Na, meine Frau ist arbeiten. Wer ist jetzt eine von einer von den Tösten? Arnold sitzt da zu Hause und denkt sich, arbeiten, was ist das? Ich verstehe es nicht. Ausstehen, duschen gehen, irgendwo hingehen morgens. Arbeitskollegen, ist ja ekelhaft. Der wird mir schlecht, du. Soll ich den Anker mal werfen? Ne, brauchst du nicht. Heiß am beißen, Alter. Pass mal auf jetzt. Ey, nicht ein Stück Holz dabei, ne? Der Wahnsinn. Oha. Ey, das gibt es nicht. Oh, der Anker hängt mitten im Wasser irgendwo. Hängt an gar nichts fest. Hängt einfach nur so da. Kannst du aber mal wieder lichten. Habe ich. Jawoll. Okay. So. Das denkt sie hier. Ach. Ja, okay, okay. Kann sein, dass die Punkte sich immer... Ne, alles klar. Ne, ne, ne. Nur ein Stück weiter in die Richtung. Jawoll. Ah, vielleicht das X weiter ausbauen. Ich weiß ja nicht. Die raue See finde ich ganz okay. Ähm, wie würdest du das jetzt hier machen? Würdest du hier... Wissen? Warte. Warum? Ich wäre jetzt hingegangen, hätte ich hier nochmal so eine Reihe hingesetzt. Äh, da musst du tatsächlich sogar zwei Reihen hinsetzen. Oder halt noch zwei, drei. Soweit, dass es halt geht, dass du noch eins hinmachst und dass du noch Luft hast dazwischen. Ja, genau. Also sowohl als auch. Ich hätte vielleicht auch... Oder mach das mal hier am besten hin, hätte ich gesagt, oder? So in diese Richtung. Dass wir insgesamt hinterher sechs Stück von den Dingern haben könnten. Ja. Also so die Richtung. Oh, da die gute Achse auch noch gebaut. Ja, selbstverständlich. Alter. Wenn Qualität, dann richtig. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Also eins hier hin. Ein Baum hier hin. Und nochmal drei hier hin. So, warte. Ich guck sofort. Ja, also angefangen ab, äh... Hier, wo ich stehe, nochmal ein. Also in diese Richtung. Und dann nochmal hier. Drei Stück dann. Warte, ich baue das mal an. Schon wieder essen, Alter. Schon wieder fressen, Alter. Der muss immer, immer fressen. Also hier und hier quasi. So angefangen. Yo. Ja, Essen ist auch, obwohl Essen an sich ist, nicht unbedingt Mangelware. Schon wieder nichts zu sehen hier, oder was? Kein Loot wieder. Ja, ich denke mal, das ist dann wahrscheinlich immer so ein temporäres Ding irgendwie. Boah. Boah. Okay, wir kommen. Gut, na. Perfekt. Also echt, das größte Problem ist immer Holz. Das ist so... Ja gut, auf einer... In der Welt, die nur aus Wasser besteht, gefühlt. Ja, natürlich verständlich, klar. So wie bei Waterworld. Ich weiß nicht, dass die Palmen so ultra schnell wachsen. Ja, Mann. Dass sie so genmanipulierte Palmen bestehen würden. Schon wieder trinken holen. Aber das mit dem trinken ist gut. Das gefällt mir. Das ist... Dass wir mit dem eigentlich kein Problem mehr haben. Ja, das ist auch echt sehr essentiell eigentlich. Aber... Kann mir das einer sagen von den Zuschauern, wie kriege ich die Rezepte da jetzt ab? Oder ist es einfach... Ja, Pech gehabt. Habt ihr jetzt... Das hat er hingehauen. Ich hätte jetzt fast gesagt Pech gehabt. Ist jetzt einfach so. Gemüsesuppe, pass mal auf. Wir haben... Haben wir noch keine... Kartoffeln. Wo haben wir Kartoffeln? Ja, die können wir aber ohne Ende herstellen, die Scheiße. Dann sag ich dir. Es war vier mal, vier mal kann es sein. Ja, vier mal Kartoffeln, vier mal... Jetzt kochen wir mal. Arnold koch jetzt für mich hier. Nein, ich... Doch, drüge platzieren, drüge platzieren. Oder... Wie funktioniert das jetzt? Ne, du brauchst wahrscheinlich vier insgesamt. Hätte ich jetzt gesagt. Ich beginne mit dem Kochen. Stand da gerade. Ah! Okay, warte mal. Beginne mit dem Kochen. Ah, zack. Boah. Zauberei. Arnold ist dein Hexer. Verbrennt dich. Verbrennt den Hexer. Er ist der Witcher. Oder hätte ich... Hätte ich jetzt vier Rüben... Ne, ich komm hier nicht mehr rein. Das ist jetzt versaut. Das sieht nicht gut aus. Das sieht echt nicht lecker aus. Arnold hat es kaputt gemacht. Du hast aber nur zwei oder drei Zutaten reingeballert. Überrüste. Hm. Jeweils eins hab ich noch reingeballert. Das sieht nicht gut aus. Ich probier's einfach mal. Ja, aber warte, ich versteh das ja nicht so ganz. Vier mal Rübe, vier mal Kartoffeln. Okay. Lass mal Chefkoch machen hier. Ja, aber das... Ja, aber das ist vier mal Rübe, vier mal Kartoffeln. Ja, steht das da? Ja. Siehst du ja hier. Guck. Nein, Arnold. Da steht vier... Da steht Rübe, Kartoffeln und dann X4. Das heißt vier Zutaten, denk ich mal, oder nicht? Hm. Also was du da rausnimmst, ist Schnurz, aber du musst halt irgendwie auf die vier kommen, denk ich mal. Glaubst du? Weiß ich nicht. Das gibt doch keinen Sinn, guck mal ich mein... Oder, aber vier Rüben oder vier Kartoffeln. Das kann ich mir noch am ehesten vorstellen. Ah. Okay, ja. Prüfen wir gleich mal aus, du. Männer beim Kochen, Alter. Ich sag's dir. Dabei kann ich nicht viel kochen, aber das, was ich kann, mach ich sogar sehr gut. Muss ich von mir behaupten. Jetzt haben wir gar keine Kartoffeln mehr am Rüben. Ich hab alles dabei. Okay. Das dauert aber lang, du. Muss ja auch gut werden, ne? Alles klar. 300 Meter. Ja, ne? Oh, der dauert aber echt lang. Der war lecker. Aber dafür brauchen wir jetzt zum Beispiel die Tonschale dann, ne? Ja, genau. Boah, die Tonschale verschwindet, wenn du damit isst. Okay. Hast du das jetzt aufgenommen, das Essen? Ja, ich hab das, also ich hab das bei, das erste, was ich versaut habe, hab ich aufgenommen und gegessen. Lol. Warum geht denn jetzt der Deckel nicht auf? Vielleicht ist es noch nicht fertig. Wir brauchen Planken. Ach, tatsächlich. Da sagst du was. Gar nicht gesehen. Ah. Pick-up Gemüsesuppe. Ah, das sieht doch gut aus. Das sieht gut aus. Siehste? Siehste? Tonschale weg. Ja, Essen auch. Und irgendwie, ja doch, ein bisschen was gebracht hat es tatsächlich. Ja, ich hab da bei mir auch, da ist sowas dazugekommen, so komisches, extra Symbolchen. Ah, die Insel, guck mal. Oh, die ist aber groß, du. Die ist groß. Boah. Mashallah, Bruder. Das ist eine große Insel. Sehr schön. Das ist groß, Alter. That's what she said. So, erstmal Wasser auffüllen, ich sag's dir. Adol, warum liegt hier ein Stein in dem eigentlichen Essenslager? Ich komm dir da gleich hin. Ey, das war ich nicht. Das war ich nicht. Ach komm mal am Arsch, das sagen sie alle. Ich sag's dir. Lüg doch nicht, Arno. Ich lüg nicht. Richtiger Lügner bist du. So, wo hab ich denn hier... Ich schwöre beim Augenlicht meines Kuscheltiers, dass ich das nicht war. Gut, dass dein Kuscheltier so viel Augenlicht hat. Oder gar keins. Also wirkt serious, glaub ich hier. Nicht. So, zweimal Ton brauch ich. Achso, das geht einfach nicht mehr. Okay, das Ding ist voll. Äh, so, die... Den Becher, der ist von hier gewesen. Ich will noch mehr Suppe. Immer als Kartoffelsuppe. Ne, Quatsch. Immer noch mal die gleiche Scheiße wie gerade eben. Hat gut funktioniert. Gib mir auch mal. Auch mal haben hier. Beginne mit dem Kochen. So. Okay, genau. Perfekto. Perfekto. Perfekt. Was wollte ich grad eigentlich machen? Ich wollte irgendwie... Irgendwas wollte ich noch bauen und jetzt hab ich vergessen, dass ich bauen wollte. Ich bin im Spiel, ey. Da ist mein Gedächtnis nur so zwei Mühe groß. Was mach ich hier eigentlich? Ja, so auf die Art. Was ist das für ein Spiel? Was hab ich grad vorgehabt? Äh? Boah, weiß ich nicht. Also ich werd's... Straight auf die Insel gegangen. Ja, okay, los. Ja, warte. Ich will nur eben mein Süppchen essen. Haben wir schon Fein und Bogen? Haben wir noch nicht... Oh, freigestallt. Doch, haben wir. Freigestallt ist schon, aber gebaut noch nicht. Ah, okay. Zeit, Fein und Bogen zu bauen. Warte mal. Ich bin ein Supel, Kaspar. Das haben wir ja alles. Mach ich mir grad mal. Oh shit! Boah, perfekt abgewehrt, ey. Hässlicher Hai. Ah, der Hai kann auch nichts dafür, wie er aussieht. Ja, weiß ich nicht. Ein Geschöpf Gottes. Hätt er sich noch ein bisschen besser gehalten? Na gut, da ich nicht gläubig bin, muss ich eher sagen, ein Geschöpf der Evolution. Geschöpf von deiner Mom. Was? Was? Sohn und Feiss. Hast du noch... Hast du noch einen Dank? Äh, nein. Leider nicht. Ja, okay. Dann kann ich mit dem Fein und Bogen auf dem... Steine nämlich damit aber. Ganz idearisch nie, scheiße. Guck mal, wie viel der schon weggegessen hat hier. Nehme ich noch ein paar Steine mit, dann kann ich mir unterwegs ein paar... Den Fein und Bogen, also den Fein und Bogen machen. Jawohl, Feine und Bogen. Ach, man stellt dann vier Tonschalen her. Okay. Ja. Alles klar. Alter, da wäre so ein Riesenbogen dazugekommen jetzt hier bei mir mit Futtern. Hier auf die Insel. Eine Insel mit zwei Pipas. Was? Das würdest du eigentlich überleben, ey. Ich mal zwei, wenn das nicht dein Albtraum auch tut. Und nem riesen Paderbär. Das ist Paderbär. Paderbär. Boah, die Musik, die ist so cool, Mann. Die könnt ihr ruhig öfters einsetzen. Ja. So, Feine. Wobei ich nicht die Ingame Musik höre. Aber meine Musik könnte auch öfter in Spielen vorkommen. Ach, Pika. Ich höre nämlich gerade die Musik von Starset. Starset. Ja, warum kann man die Ultra-Riesenbäume hier nicht abholzen? Ich hab mich voll gefreut, jetzt 5.000 Holz hier abzuernden. 5.000 Holz, Mann. Ist das hier, oder? Den kannst du auch nicht. Tatsächlich, ja. Was ist das für ein Schmutz, Alter? Was sind das für Bienen? Der wird geschmuckt. Ekelhaft. In your face. Die Tasse zum Aufnehmen. Alter, Honeycomb. Sehr nice. Wo ist es jetzt? Bienen! Wo ist es jetzt hin? Ich hab drei Stück mitgenommen. Ich hab das nicht mitgenommen? Aua. Da ist die Bienenstechen. Aua. Oha. Hier, guck mal. Ein Funkmast. Wo? Bei mir. Oha. Hab ja richtig was mitgenommen. Früchtekompott. Kann man es kaputt haben? Erstmal kaputt machen. Ja, was ist das? Ey, mal kloppen hier. Geh mal hier auf diesen Riesenbaum. Was soll das? Jetzt da hoch. Ich bin right behind you. Eine schöne Insel. Hier würde ich mein Domizil aufschlagen. Sag mal. Kein Baum. Äh, richtig Schweinerei, Alter. 5000 Bäume und du kannst keine davon abholzen. Ich hab kein Holz. Ich finde nichts. Ah, hier. Diese kleinen Tanten ähnlichen Bäume. Die kannst du abholzen. Da wird mir schlecht, du. Ich sag's dir. Sag mal Honeycump, Alter. Nice. Honeycump. 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 Oh Honey. Oh Pader. Honey, Honey, Honey. Äh, wir sollten vielleicht auch mal ne Schaufel craften. Weil wir nämlich hier Schmutz mitnehmen können. Wow. Jetzt hab ich rein zufällig nen Metallbaren dabei. Nein, rein zufällig nicht. Ach verdammte Scheiße. Das Ding fehlt mir noch, dann kann ich nämlich ne Schaufel bauen. Nee, aber kein Witz. Du kannst hier echt Schmutz, ähm, wo und wie auch immer mitnehmen. Den brauchst du nämlich für manche Rezepte. Da ist ein Bär. Leck mich am Arsch. Nee. Der Paderbär. Der Paderbär. Ah! Der ist ja bei mir! Also ist Pader doch da. Hat er sich nur auf der Insel versteckt vor uns. Wieso schießt er nicht? Warte, ich komm gleich zu dir. Ich bin gerade wieder am Floß. Ahhhh! Wie schießt man! Aufladen und dann Attacke! Der scheint nicht sehr beeindruckt zu sein von meinen Pfeilen. Da hab ich den scheiß Bolz wieder weggebracht. Oh, Alter! Jetzt ist das auch Putin der wär. Putinov! Da läuft er wieder weg! Die Drecksache, ey! Ey, ich hab das extra Stück da so hingebaut, damit du da nicht drauf rum beißt, du blöder Scheißhalle. Der Drecksack! So, jetzt hab ich eins Schere! Ich komme wieder zu dir! Ah! Verdammt! Ist er denn jetzt schon wieder? Oh, da steht er ja! Oh Gott, im Himmel! Aua! Ey, sag mal, da bist du schon mal so fast am Land, ne? Und dann kommt der Heid trotzdem noch. Dieser Drecksack! Das war doch ein klasse Headshot, mein Wieso? Oh! Nein, daneben! Eigentlich das Spiel verlassen. Das war verlassen! Oh! Einfach mal ein Rage Grid machen! Oh Mann, ich drück! Man muss zwei Tasten drücken, um den Pfeil abzuschießen, Mann! Oh, wo ist da mein klarer süßer Arnie hier? Mein Kuschelmeer! Am Ende der Insel! Am Ende der Insel, das kann vieles heißen. Da, wo du nicht bist. Aber ich danke dir für deine detailreiche Beschreibung. Ich geh langsam die Pfeile aus. Ja, da hab ich den Bär gesehen. The Bär! The Bär! Der ist down! Down, down, down! Beginner! Bär-Hunter! Meine ganzen Pfeile wieder her, Mann! Bär, Mann! Hier ist noch einer! Boah! Der ist ein anderer Ioden bei mir! Nein, den eben! Auch wenn du im Kreis läufst und den mit der Peitsche genommen. Mit der Peitsche! Oh! Gittert eingeauft! Ja, da ist er wunderbar! Easy Go! Leder! Schön Leder mitnehmen, ey! Ist ja noch leichter, als ein Kind den Lolli zu klauen, Mann! Richtig, nice! Ja, aber Leder ist gut, Alter! Da können wir ein bisschen farmen hier quasi! Und schön Meat! Schön Meat mitgenommen! So ein ganzer Bär hat nur zwei Meat mitgegeben, ey! Was bist du denn für ein Geiziger? Du willst das ein Magerbär? Ein Magerbär! Man kennt sie! Eine seltene, aber durchaus gefährliche Rasse! Ja, Mann! Okay, ähm... Boah Arnold, ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe in Season 3 noch nicht wirklich richtig gespielt, ne? Was? Bei Modern Warfare! Was? Irgendwie... Ja gut, jetzt kann ich wahrscheinlich eh nichts mehr einholen! Ist mir mal grad so eingefallen! Du bist nicht mehr so on mode, Mann! Ja, ich weiß nicht! Aktuell holst du mich nicht ganz so ab! Ich meine, es ist immer noch... Immer noch ein geiles Ding! Macht auch Spaß! Aber holt mich grad aktuell nicht so ganz! Du spielst halt nicht mit mir, deswegen! Ja, das liegt wahrscheinlich auch noch daran! Aber ich hätte jetzt auch echt nicht Bock zu sagen, komm lass mal! Eine Runde! Komm lass mal! Komm lass mal sein! Er kommt... Dieser hässliche Hai, ey! Du blödes Miststück, ne? Komm her! Weißt du, hier ist so flach! Hier ist so flach! Und da kommt trotzdem einer! Juck den einfach nicht! Überhaupt nicht! Ja, ich lauf einfach an Land! Oh, I don't give a fuck! Vielleicht bin ich im Container sicher! Ich glaube uns zwar nicht! Er ist tot! Sehr nice! Wundermärchen! Ach ja, ich wollte noch mit diesem Schmutz nochmal gucken! Schmutz! Nein, das heißt tatsächlich so! Ich hab mir da nie rausgegangen! Ja! Oh Arnold, es heißt so! Hör doch auf mich auszudrücken! Jaaa! Arnold, lach mich nicht aus! Mann! Mach dich doch nicht über Minderheiten lustig! Nur weil ich rote Haare hatte! Was? Oh Jesus! Eskalation pur! Sag mal! Kann man den Container nicht abbauen! Oh, ich hab den Bärenkopf! Alter! Sehr nice! Kannst du den aufsetzen! Wo mach ich Honeycum hin? Ähhhhh! In die Essensdings hätte ich jetzt gesagt! Mach ich jetzt auch! Leder mach ich mal! Da wo Federn und so sind! Humuckl und der geile Meister Leder sagste! Bitte? Bitte! Weiß nicht, was du meinst! Was? Ich weiß nicht, ob das so ganz okay ist, was du da redest! Was denn? Weiß nicht, was du meinst, Arnold! Hä? TS? Was? Fader? Was? Fader? Fader ist schon wieder ausgetimt, Mann! Das Ding ist abbauen! Hast du, Arnold, hast du eh meinen Kunden geraucht? Pipa? Pipa? Bist du noch da? Jetzt macht er diesen wieder! Oh, Bär! Der Klassiker! Guck, der Bär spawnt doch! Der Erklärbär! Wie sieht der eigentlich sogar ein bisschen putzig aus, muss ich sagen! Das ist der von South Park, der sexuelle Belästigungspanda! Ja, nicht ganz! Okay! Das ist entweder der Erklärbär oder der Pädobär! Oder der Paderbär! Ich meine, wir haben drei Bären getötet! Die Auswahl wird langsam eng! Kann man was mit den Bienen machen? Die kann man bestimmt fangen! Die kann man bestimmt fangen! Ja, mit dem Netz, glaube ich! Aber ich wüsste jetzt echt mal gerne, wo dieser Schmutz ist! Ob das jetzt irgendwie so ein hervorgehobenes... Catching Bugs, Alter! Der hässlichen Bienenmann! Aber ich brauche doch sicherlich dann so ein Behältnis für die! Keine Ahnung! Aber wenn das einer der Zuschauer weiß mit dem Schmutz, das würde mich auch mal interessieren! Ob der gekennzeichnet ist oder so! Ich habe gelesen, dass der auf großen Inseln verfügbar ist! Aber... Wie, wo, warum... Keine Ahnung! Schaufel habe ich jetzt! Ich habe keine Planken dafür! Mann! Hast du noch Planken? Äh... Ja, aber für dich nicht! Alter! Zehn Stück habe ich noch! Oh, ich brauche 13! Ich korrigiere! Ich habe jetzt 17! Okay! Wunderbar! Wieso hast du jetzt so viel? Weil ich gerade einen Baum weggehauen habe! Und Cheats angemacht habe! Nein, Quatsch! Ich habe kurz gecheatet! Ah, okay! Ey, ich habe kurz God Mode reingemacht und Unlimited Resources, Alter! Das Problem für dich, Alter! Nein, warte! So! Perfekt! Where are you? On the Island! Hier! Da, wo wir den Bären erlegt haben? Äh... Ne! Ich bin da, wo Milch und Honig fließen! Ah! So logisch, Alter! Perfekt! Ich bin hinter dir! Oh mein Gott! Wolltest du mich angreifen? Da sehen wir einen der typischen Eingeborenen! Ich brauche mehr! Ey, immer diese unersättlichen YouTuber, ne? Mehr! Neun Planken! Huch! Hast du mal überlegt, dass ich vielleicht auch... Das sind gar... Ja, das war... Mein Gott, das war versehen! Er eskaliert gleich deinen Puls direkt auf 180! Alter! Was weiß wer denn so einzig... Don't call me Karen! Du Carol Baskin, Alter! Oh, jawoll! Carol Baskin! Na ja, klar! Guck gerade wegen Dingen! Wenn es ja nichts mehr gibt, dann können wir ja eigentlich zum nächsten... Ja, ich gucke nur gerade noch wegen dem Schmutz, weil so lange können wir ja jetzt leider auch nicht mehr machen! Ah, stimmt! Stimmt! Deswegen würde ich fast schon hier erstmal einen Schnitt setzen... Dann gehen wir aufs Floß und machen dort... Jawoll! Sag nochmal hier ein bisschen Bienen mitgenommen! Was kann ich mit den Bienen dann alles anfangen? Essen! Keine Ahnung! Wüsste ich jetzt echt nicht, also... Das heißt, wir müssten eigentlich diese Woche nochmal aufnehmen! Ja... Außer nächste Woche am Montag oder so! Ähm... Jawoll! Es wird noch nächste Woche gehen! Für diese Woche habe ich dann Folgen 2... Und dann für nächste Woche dann müssen wir aufnehmen! Ja, nächste Woche am Montag würde es bei mir auch ganz gut passen, glaube ich! Also sag ich jetzt erstmal so! 100% ich weiß dies noch nicht, aber ich denke mal... Oh, stimmt! Da läuft ein Bär rum! Ein Bär! Komm, den machen wir noch kaputt! Ein Seebär! Den machen wir noch kaputt, komm! Ein Seebär! Wenn ich jetzt wüsste, wo du bist und wo dieser Bär ist! Ich bin auf der Floß-Seite! Jaaa... Ganz am Rand! Ich meine auch einen Bären gehört zu haben! Ja! Ich sehe einen Bären, der läuft! Der macht da so einen... Blassendünnen Jungen! Kalt! Blassendünner Junge, kommt! Haus zu einem Kaputt kommt 25 neue! Wir haben dann drei Leder gekriegt! Sehr schön! Sehr nett! Bin ich der geile Meister Leder, Alter! Junge, Alter! Graf Porn und Karl Razor müssen mal wieder... und Tour gehen! Ja! MB2, Junge! Ich sag's dir! Heute an wird gestreamt! Ja, ich muss... Wenn ich mit dem Seminar fertig bin... Ich hab' noch bis 0 Uhr, glaub' ich... Zeit, ne Abgabe fertig zu machen! Ich muss wieder nochmal durch 10, 12 Seiten durchlesen! Das wird, glaub' ich, nix! Schade, Junge! Deswegen, Unilife bumst mich grad... Mehr als, äh... Unilife geht halt vor, Junge! Ja, das ist... Das ist echt ein bisschen heftig, gerade! Was haben wir denn hier eigentlich gepflanzt? Wieso wächst hier nichts mehr? Ja, da haben wir gar nichts reingepflanzt, aktuell! Da kannst du so Ananas und so'n Scheiß rein bollern! Ananas? Blassendünner Junge, macht die Ananas! Das ist auch gut, ja! Ähm, ja! Blassendünner Junge, haut! Palmen, krass! Wow! Momentan ist keine andere Insel zu sehen hier! So, die Seeds hatte ich oben... Ähm, ich glaube, ich packe mal die Honig-Dinger mal hier zum Essen rein! Ja! Ja! Und das Leder ist da, wo es sich von gehört! So, dann pack ich da auch noch was dazu! Alles Schrott! Das behalte ich! Das behalte ich! Das behalte ich! Das behalte ich! Da machen wir gar keine Palmen-Seeds mehr! Hast du sie nicht oben hingesetzt? Ja, habe ich, aber da waren auch keine mehr drin! Ich habe jetzt auch durch das Ernten von den... Haben wir keine mehr! Oh, es geht! Okay! Ja, dann muss ich... Ich habe hier so einen Birkensamen! Mal gucken! Vielleicht funktioniert das mit dem auch! Ja, wieso nicht? Ja, kriegen wir halt Birke! Sieht sehr gut aus! So, eins Flasche full mit Water! Perfektor! Jawohl! Selber trinken! Wunderbar! Gut, dann bleiben wir erstmal hier und... Wunderbar muss er nicht jetzt auch los! Ein Online-Seminar habe ich! In Zeiten von Corona! Gibt sowas! Genau! Finde ich aber nicht schlecht! Muss ich nicht zur Uni hin juckeln! Ja, das stimmt! Hat seine Vorteile! Okay, Freunde! Dann würde ich sagen, wir beenden jetzt hier an dieser Stelle die Folge! Vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen! Ich habe es euch gefallen! Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder! Wenn Paderman wieder mit am Stiesel ist! Und dann bauen wir hier weiter und... Und lassen uns treiben! Jawohl! So machen wir es! Okay! Haut rein! Tschüssi! 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 Tschüssi!